Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele, es ist wieder soweit, deine tägliche Tageslegung kommt hier pünktlich 19 Uhr auf dich zu und wir begrüßen morgen schon den Oktober, ja, sehr, sehr gute Sache und da haben wir die Leistung und die Energie des Tages in der Tatkraft, gerade für Verbindungen und auch gerade für Einladungen zu Erfolg und Herzenswärme. Natürlich ist es etwas sehr, sehr Schönes und lässt auch darauf hoffen, dass wir in eine wundervolle Energie des goldenen Oktobers gehen, dass wir hier natürlich auch für uns wahrnehmen können, dass Dinge ihren Lauf nehmen, ja, man sieht ja hier, die Verbindungen nehmen ihren Lauf, dann wollen wir doch auch hoffen, dass die Themen ihren Lauf nehmen und dass, ja, diverse Thematiken sich auch gerne auflösen dürfen, die jetzt noch deinen Weg blockieren, denn jede Verbindung, die du jetzt eingehst, ist eine Verbindung in die Wärme und auch in den Erfolg. Und den Erfolg bedeutet ja bekanntlicherweise nicht nur Geld, sondern hier geht es auch ganz klar um die Thematik Liebe, Gesundheit, Familie und mehr. So, als Impuls, follow the white rabbit, ja, es kommen neue und ungeahnte Möglichkeiten auf dich zu, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Auch bei uns gibt es derzeit etwas Neues, nämlich die Verändere Dein Leben Masterclass ab dem 01.01.2025. Kannst du gerne buchen, wenn du möchtest, ein Jahr lang Masterclass für Mindset in allen Ebenen. Für die Liebe, für deine Berufung, für deine Selbstliebe, für dein inneres Kind und das in der Gemeinschaft. Zwei Gruppencalls pro Monat und ein Einzelcall für dich auch pro Monat, weil wir dich auch abholen wollen. Und da kannst du blühen. Also, das Ganze für zwölf Monate, 500 Euro ist, glaube ich, geschenkt. Und ja, über den Shop kannst du auch direkt Ratenzahlung machen, wenn dir das beliebt. Schau also gerne mal rein. Die Zahl, Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Natürlich, wir haben ja auch nur unser Kontingent an Coaches. Kann ich ja nicht beliebig viele Menschen einfach in den Kurs reinlassen. Ja, nichtsdestotrotz, die Energie schwingt dahingehend schon mal mit, was für dich ein wichtiger Impuls ist. Denn man sieht ganz klar hier, es geht nicht nur in die Verbindung, sondern die Möglichkeiten zeigen, wie du blühen kannst im Leben. Ja, was musst du tun, um zu blühen? Was bringt dich überhaupt zum Blühen? Und die allerwichtigste Frage in deinem Leben, die du dir viel zu selten stellst, warum nicht schon vorher? Ja, da haben wir eine ganz, ganz wichtige Thematik mit dem Greifen, mit dem Drachen und mit dem Kürbis. Auch da sieht man eindeutig die Energie der Weisheit, die Energie der Tatkraft und die Energie der Ernte möchte gelebt werden. Es ist nicht immer sehr, ja, ich möchte mal sagen greifbar, aber du hast schon immer gespürt, dass eine Entscheidung bei dir sehr vieles verändern kann. Und du bist auch ein guter Manifestator, also du kannst gut manifestieren, das heißt, was du denkst, kommt auch gerne mal in dein Leben. Und wenn du das jetzt mal positiv auf dich ablegst, dann wirst du auch spüren, dass die Veränderung dann hier ganz groß sein kann. Denn was du hier siehst, ist eine höhere Bewusstseinsebene, die du erreichst, ja, gerade heute in der Entscheidungsfindung. Dadurch kommt mehr Klarheit für deinen weiteren Lebensweg und vor allem im beruflichen Aspekt hast du hier sehr, sehr viel Fortschritt heute liegen. Also es ist nicht nur das Gehalt, was heute oder morgen bei dir eingeht, sondern ganz klar ist auch der Fakt, dass du einen Mehrwert erlebst, den du für mehr Sicherheit auch benutzen kannst, ja. Also ein sicheres Konstrukt der Welt kommt jetzt in dein Leben. Wir haben die Wintersonnenwende mit der Reflexion dabei und die Reflexion gibt dir natürlich schon mal einen ganz großen Mehrwert, ja. Vor allem, was hast du denn in der Vergangenheit gesät, was jetzt in der Fülle geerntet werden kann, ja. Gerade wenn wir beim Drachen sind, geht es um die Meisterenergie. Es geht auch darum zu verstehen, warum du hier bist. Also so die Frage nach dem Lebenssinn wird sich in der letzten Zeit auch schon häufiger wieder gestellt gewesen. Aber deine Lernthematik dahinter ist gar nicht so das Warum, sondern das Weshalb gehe ich noch nicht diesen Schritt? Also was blockiert mich? Auch da kommt dein Drache dir zu Hilfe und gibt dir natürlich einen sehr, sehr schönen Support, sehr gute Unterstützung, einfach in die Tatkraft zu gehen. Denn die Tatkraft möchte genau das. Sie möchte Disharmonie ausbalancieren in Harmonie, ja. Deswegen ist hier auch das neue Bewusstsein in deinem harmonischen Sein. Wir haben in der Reflexion aber eben auch diese Selbstsicherheit, die zurückkommen kann, weil du doch erkennst, dass du sehr viel mehr Stärke hast, als du dir immer nur zusprichst, ja. Du hältst dich sehr gerne klein, ist aber auch ein Gewohnheitsding, weil du so gelernt hast, im Leben besser durchzukommen, ohne enttäuscht zu werden. Wenn du das jetzt aber umlegst und mal überlegst, hey, ich möchte doch blühen, ich möchte doch einfach scheinen, ich möchte doch einfach glücklich sein, dann wirst du auch verstehen, okay, hey, vielleicht müsste ich mich mehr öffnen, vielleicht sollte ich auch mehr äußern, reflektiert, was mein Ziel ist. Also nicht nur das Bedürfnis, sondern wirklich das Ziel, um diesem Ziel nahe zu kommen, um dem Außen auch mal aufzuzeigen, was notwendig ist, damit ich vorankomme, dass das Außen auch mehr Verständnis mal für dich hat und du nicht immer nur Verständnis für das Außen. Ja, und dann kommt hier schon pures Glück rein. Reine Glücksgefühle durchströmen mich und natürlich auch dich und das ist eine Energie, die man gerne mitnimmt. Denn in der Erklärung der Energie, wenn da jetzt das pure Glück auch noch mit dabei ist, hat man meist noch den Faktor eben dieser positiven Verbindung, dieser positiven Effekte des Glücks, weil deine Entscheidungen nicht mehr Kopf stehen, die werden dann hier als Geschenk angesehen. Also auch Wahlen, die du heute hast, werden für dich gut sein, dass du sagst, nehmen wir es mal ganz salopp, nehme ich lieber Pizza Margherita oder Pizza Hawaii, ja, ich möchte Pizza Hawaii. Dass du so gar nicht mehr in das Schwere gehst, sondern dass deine Intuition da wirklich Bände spricht, ja, dass du einfach aus dem Bauch heraus entscheidest, dass du einfach wieder mehr dich selbst kennenlernst und auch mehr Vertrauen zu deinem eigenen Gefühl haben wirst. Eine unglaublich schöne Energie. Und dadurch in der Reflexion, dadurch, dass das Glück dann zu dir kommt, hast du natürlich auch die Form der Reinigung, ja. Man sieht hier ganz klar, da ist eine Entlastung auf Dauer angesagt und Entlastung auf Dauer ist ein Loslassprozess, ist eine Reinigung, ist vielleicht auch ein Trauerprozess, der endet oder der endlich mal akzeptiert wird, ja, dass du deine Phasen der Trauer durchlebt hast. Für dich aber auch schön zu sehen ist, dass hier sich trotzdem ein neues Kapitel dann öffnet, ja, dass du dieses Kapitel vielleicht in deinem Leben noch gar nicht so wahrgenommen hast, es jetzt aber sehr zu schätzen lernst und auch genau weißt, warum es beginnt. Und da haben wir vor allem das Thema Freundschaft, wir haben auch das Thema Arbeit so ein bisschen mit dabei, gar nicht die Liebe, ja, die Liebe ist ein bisschen versteckt da heute, ist aber auch okay, ne, also die Verbindung muss ja nicht immer noch was mit Liebe zu tun haben. Wir haben ja auch die Vollendung dann vielleicht in deinem Verständnis für, was brauchst du im Leben und darauf kannst du dann die Liebe aufbauen. Es ist aber die Ernte, um die es heute sehr, sehr stark gehen wird, nämlich, was hast du in deinem Leben gesät? Und wenn du weißt, dass du auch schon den ein oder anderen Fehlgriff gemacht hattest, dann geht es auch darum zu verstehen, okay, was soll ich denn tun, um das aufzuarbeiten? Und da kommt die Reflexion mit der Reinigung sehr recht. Und die Befreiung erst recht. Ich steige bewusst aus jeglichem Drama aus. Ja, wenn du das bewusst machst, dann ist das natürlich schon das gelernte Thema. Meist passiert es noch unbewusst, aber du fühlst dich freier und kannst somit dann noch mehr loslassen. Also es wird heute auch auf jeden Fall ein emotionaler Tag. Ja, also emotional so immer phasenweise. Vielleicht mal so die eine oder andere emotionale, sagen wir mal, Phase. Die eine oder andere emotionale, ja, Bindung vielleicht auch, die du erlebst. Ja, dass du vielleicht dich mit einem Tier verbunden fühlst, dass du dich mit deinen Eltern verbunden fühlst. Du fühlst einfach diesen Moment. Und daraus entsteht dann einfach dieses neue Energiefeld, was du jetzt in deine Tatkraft mit übernehmen kannst. Und das ist natürlich schön. Und da schauen wir gerne nochmal in zwei Impulskarten. Da haben wir einmal die Angst, die ja durch das Glück und die Befreiung wahrscheinlich auch gelöst wird. Also auch die Ängste haben heute ihren Stellenwert. Und wir finden in der Reinigung und in der Reflexion die spontane Entscheidung wieder. Was natürlich ganz klar zeigt, dass du deinen Zielen wieder nahe kommst. Ja, wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann schau unten in die Videobeschreibung oder klick am Anfang vom Video. Da siehst du ja nochmal die Masterclass für nächstes Jahr. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ansonsten Like, abonnier und kommentier. Das freut mich auch immer sehr gerne und bis bald.